Einfach zum entspannen 1938 Exzellent Ja, schmeckt toll Das ist nur der Vorgeschmack Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren hier eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde Ihr werdet sie mir beschaffen Wir sollen Zigarren klauen Wo ist das Problem? In unseren Nachtlubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram Du warst schon immer viel zu schlau Dir macht man nichts vor Kind haben trifft's ganz genau Danach soll es aussehen Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten Aber die Fetts haben sie nicht gefunden Wir stehlen Diamanten von den Fetts? Keine Sorge Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt Er sagt's euch Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen Schmiedet gemeinsam den Plan Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt Verstanden? Klar, Boss Gut Und trink nicht meinen besten Fusel Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen Wir haben einen Plan Es ist kein guter Plan Aber wir gehen nicht auf Wahrscheinlich Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein Wir sind auf uns gestellt Das wird schwierig Die Zigarren sind in Kisten Am Hafen Scheiße Der Laden wird bestimmt gut bewacht Ja Gewalt hilft hier nicht Mach's mit Köpfchen Wir klauen einen Zolllaster Und sind drin Gott Müssen wir den armen Fahrer umbringen? Nein Wir jagen ihm Angst ein Wir wollen nur seine Papiere Gut Ich will keine Leiche loswerden müssen Los Suchen wir nach nem Zolllaster unten bei den Docks Alles klar Tom? Ja Ich frag mich nur, was dahinter steckt Der Boss hat nen Job für uns und wir machen ihn Es scheint nur verdammt riskant Sogar für Diamanten Wenn wir geschnappt werden Buchten sie uns ein Dann dürfen wir nicht geschnappt werden Oder? Ja Ich habe am Hafen Sachen für den Auftrag versteckt Geht zu Winnie, wenn ihr was Spezielles braucht Ich brauch was hinter die Binde Mann, Pauly Lass es doch mal einen Abend gut sein, bitte Hör auf Du machst mich nervös, wenn du mit dem Ding spielst Entschuldigung Mir geht nur ne Menge durch den Kopf Ach ja? Dachte, da oben wär gar nicht so viel Platz Ich hab dich ruhig tot Glaubt wohl Ich hätte keine Pläne Ich hätte keine Pläne Sag gedacht Ich hab große Pläne Ach ja? Raus damit, woran arbeitest du? Spiel mit dem Gedanken, ne Bank in der Stadt auszurauben Ne Bank überfallen? Klar Ich beobachte den Laden seit Monaten Hab alles genau geplant Ich brauch nur ein paar Männer, die mir den Rücken frei halten Ein Banküberfall ist etwas zu groß für uns Wir beklauen doch auch die verkackten Feds, oder? Wo ist der Unterschied? Salieri ist der verdammte Unterschied, du Schwachkopf Der Don wollte diese Zigarren haben Ein Banküberfall segnet er nie ab Muss er ja nicht wissen Du willst den Don hintergehen? Nein Nicht wirklich Wir können ihm ja nach dem Ding ein Teil abgeben Er wird sauer sein Aber nur, bis er seinen Anteil hat Ich weiß nicht, Pauli Ja, ich weiß auch nicht Tu, was du willst Ich werd nichts sagen Ich hab dir viel zu verdanken, aber Wenn Salieri Herausfindet, dass du hinter seinem Rücken arbeitest Landest du neben Morello Keine Beute der Welt ist das wert Er hat recht, Pauli Frag den Don, oder vergiss es Ja Ist ja nur ein kleiner Traum Wach auf Wir sind da Tom Such einen Zolllaster und triff uns beim Zolldepot Wir holen das restliche Zeug Gut Bist du bei der Sache Ja Macht dir keine Sorgen Alles klar Finde und stiehl ein Zolllaster Warum soll ich das durchsuchen, wenn ihr doch den Auftrag habt, Mann Oh, hier sneaks Oh, hier sneaks Oh, hier sneaks Oh, hier sneaks Hey, was dauert so lange Was dauert so lange Was dauert so lange Ich soll jetzt für euch diesen scheiß Laster suchen, oder was? Macht das doch selber, Alter Hab so viel Drecksarbeit schon gemacht Wo ist denn dieser scheiß Laster? Wo ist denn dieser scheiß Laster? Wo ist denn dieser Wachs Quater? Wo ist denn dieser Wachs Quater? Wo ist dieser scheiß Laster? Wo ist denn dieser Wachs Quater? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube es ist jetzt wirklich ein schlechter Scherz. Das war's für heute. Das war's für heute. Was zur Hölle denkst du? Was haben wir für den Abschlepphof geplant? Keine Ahnung. Nach Kisten aus Kamerun suchen oder so. Wo die Zigarren herkommen. Weißt du, wie groß der Hof ist? Keine Sorge. Um diese Uhrzeit ist da nichts los. Wir haben freie Hand. Eure Papiere? Ach, äh, Mist. Äh, Pete. Hast du die Papiere? Im Handschuhfach. Was war das? Was war was? Was? Hier, bitte. Fahr weiter. Heute ist viel los. Wird schwer, einen Platz zu finden. Hast du das gehört? Das wird viel los sein. Passt schon. Wir müssen nur schnell reagieren. Genau das fällt mir schwer, Sam. Das weißt du doch. Wo wart ihr denn so lange? Wir müssen bis Sonnenaufgang die Lieferungen überprüft haben. Ja, Entschuldigung. Wir konnten unsere Papiere erst nicht finden. Zeig, was wir tun sollen. Wir sind neu. Wir sind alle neu hier. Aber einige von uns wissen, wann es losgeht. Kommt mit. Okay, Tom. Das ist was für dich. Geh in die Lagerhalle und such nach der Zigarrenkiste mit den Diamanten. Okay. Hier wird über alles Buch geführt. Such also in ihren Akten. Du suchst nach Kamerun-Zigarren kamen in einem Boot namens The Bohemia. Angedockt am Dienstag, dem 23. Klar? Ja. Nicht schnappen oder sehen lassen. Komm, wenn du fertig bist. Warum muss ich das machen? Warum könnt ihr das nicht mal? Ihr seid doch auch aufgerutschen. Mann ey. Die Fetts schieben heute Nacht Überstunden. Warum soll ich auf einen Typen wie ihn hören? Ich bin ein und Person. Das war's für heute. 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 Ich hab's für heute. Das war's 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 für heute. Vielleicht Homeworld示er, das war's für heute. Das war's für heute. Wie soll ich das machen, wenn einer da und da ist? Geht doch nicht. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Weder Zigarren noch Diamanten. Da muss es jetzt drin sein. Immer noch nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Ich muss sie bald finden. Hier auch nicht. Hier ist nichts. Hier ist der. Hier ist alles drin, was wir haben wollten. Sieht gut aus, Jungs. Gut. Laden wir sie ein und hauen wir ab. Endlich, Schatter. Das ist die letzte. Verschwind mir. Ich sitze nicht wieder hinten. Du bist sowieso der bessere Fahrer. Fahr uns nur nicht in die Bucht. Scheiße. Hört ihr das? Ich schau wieder an. 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 Los, los. Los, los. Ja. Man, Tom, nicht gemütlich hier, oder? Durch das Tor. Ja, durch das Tor. Man muss das mal hier reinzulenken, Alter. Dann sag mir erst durch das Tor. Arsch durch das Tor. Einbruch beim staatlichen Abschlepphof des Tollamts. Verdächtige fliegen in einem Tollmaster. Ich bin überall Straßensperren. Sind sicher alle Cops der Stadt unterwegs. Verschwinden wir. So schnell du kannst, Tom. So schnell du kannst, Tom. Noch ein Kontrollpunkt! Machen den weiten Bogen, Tom! Hier kommen sie! Ach, Mist! Wir haben sie wohl abgeschüttelt! Ja, hoffentlich! Wo zur Hölle warst du auf dem Gelände? Wir wollten schon aufgeben! Es war ein Labyrinth! Was ist heute mit dir los? Die Cops haben uns bemerkt, Tom! Es war ein Labyrinth! Ein Wunder, da was zu finden! Wenn wir sowas wieder machen, brauchen wir einen besseren Plan! Mehr Fakten! Warum? Er hat die Diamanten doch gefunden! Ja, aber nächstes Mal! Was? Wir klären vorher alles mit dir, weil du dich mit solchen Jobs auskennst? Leute, ich muss fahren! Wir wollen zur Lagerhalle zurück, ohne das LHPD an den Fersen, oder? Klar! Die Polizei hat uns auf dem Kieker! Nee? Ja? 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 Wir haben die Diamanten. Der Boss wird zufrieden sein. Mehr zählt gerade nicht. Nach der Schinderei mit den Kisten sollten die Diamanten so groß wie das verdammte Ritz sein. Alle Mann, Suche ist beendet. Wiederhole, Suche beenden, zurück zur Patrouille. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Verdammt! Ich hab die Schnauze voll! Hätten die uns mit dem Stoff erwischt, wären wir im Knast gestorben! Ja, aber was willst du machen? Hab ich dir schon gesagt? Die Bank? Ja. Mir egal, was Sam sagt. Ich hol mir den Zaster. Was springt raus? Wir reden nur. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ja Freunde, da sind wir. Endlich, man hört das Ding genau auf. Wir haben noch den Endboss schon erledigt. Ja, war vor längerem mal da. Scheint nicht gut geschützt zu sein. Leichte Flucht, Kassierer, die sich wohl nicht wehren würden. Geht nicht allein. Mal sehen. Ich verkaufe kein Teer für den Don, ohne dass wir beteiligt sind. Und ich weiß nicht. Ich will die Straße nie wiedersehen. Welche? Auf den Knien. Arme Tussi kriegt was ab, weil sie uns in die Quere kommt. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Pech gehabt. So läuft es bei uns immer. Ich sag's dir, Tom. Es ist perfekt. Ich hätte dich nicht dazu geholt, wenn ich von der Sache nicht überzeugt wäre. Wir werden sehen. Bevor was passiert, will ich Fakten. Falls ich geschnappt werde, ist es mit Sarah aus. Du musst an deine Familie denken. Vergiss das nicht. Denk dran, was das für eine Chance ist. Achtung, Kumpel. Du hast keine Ahnung, wovon du gerade redest. Ja, ich weiß nicht, wie das ist, zur Familie nach Hause zu kommen. Aber deshalb mach ich das ja. Wer wird mich heiraten? Mit meinen fast 40 Jahren und der ganzen Reihe von Vorstrafen. Wenn's klappt, kann ich das hier endlich an den Nagel hängen. Wer weiß. Familienleben ist nichts für dich, Pauly. Nach nem halben Jahr verpasst du dir aus Langeweile ne Kugel. Mann. Ich bin schon seit langer Zeit soweit. Sitzen hier rum seit sechs Monaten. Spielen Karten, aber nur rum. Ich werd langsam faul. Dann geht alles daneben und ich muss wieder in Schwung kommen, sonst bin ich tot. Manchmal schlaf ich fast ein, wenn der Don von den guten alten Zeiten erzählt. Ich hab die Scheiße schon tausendmal gehört und am nächsten Tag, am nächsten Tag fliegen Kugeln und ich scheiß mir fast in die Ohse. Ich hab so die Schnauze voll, Tommy. Du suchst nach dem großen Ding. Klar, ein Wunschtraum. Jeder kleine Gangster träumt davon, sein letztes großes Ding zu drehen. Wenn wir das schaffen... Keine Ahnung. Dann könnte ich vielleicht sogar eine kleine Pizzeria oder sowas eröffnen. Klar, aber wenn wir das machen, warten wir bis alles wieder ruhig ist. Haha, ich hab dich schon an der Angel. Vielleicht. Endlich haben wir das Kapitel abgeschlossen. Einfach zum Entspannen. Boah, und das mache ich jetzt auch. An dieser Stelle war es das, meine lieben Freunde. Ich weiß jetzt, ob die nächste Szene oder so kommt. Die wird auf jeden Fall im nächsten Video rankommen. Ich hab nicht viel geredet in der Folge, auch in anderen Folgen, aber dennoch hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich bin so platt wie eine Flunder. Ich hab jetzt bestimmt ohne Ende jetzt hier Material aufgenommen. Bis zur nächsten Folge, haut rein, ciao.